guten abend liebe youtuber herzlich willkommen auf meinem kanal peter flohmach master ich habe mir diesen fantastischen tarantino film geholt von 1994 hier das erste mal in einer limitierten steelbook edition mit 4k ultra hd das erste mal und ja statt 39 euro habe ich jetzt 34 99 bezahlt wenn man sich das ganze jetzt über mediamarkt bestellt müsst ihr 39 bezahlen und wenn ihr es im laden findet bei bei amazon sei jetzt schon hier bei mediamarkt bezahlt ihr nur 34 99 ja das ganze machen wir jetzt gleich einmal auf hier hinten stehen noch die ganzen credits drauf hier handelt es sich um die normale kinofassung hier gibt es kein director's cut und das wird hier einmal aufgemacht ich habe hier einen ja was habe ich denn hier einen einen zahnstocher und ich habe das bei dem lieben insano schon gesehen dass hier die klebe popel ziemlich extrem doll drauf sind und schauen wir jetzt einfach mal und einmal abmachen hier aufpassen dass ich hier nichts kaputt mache und es ist ziemlich fingerabdruck lastig ich glaube ich mache mal einen kurzen schnitt weil ich erspare euch dieses problem ich habe es abbekommen problemlos mit dem zahnstocher hier was haben wir denn hier nicht das übliche langeweile lernen kennenlernen wir kennen schützen hier sind ein paar fakten über die fiktion pulp fiction die dokumentation und 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 delicious scenes und wir haben hier richtig viele extras drauf geknallt das finde ich richtig gut denn kann ja meine alte dvd ja bald weichen und ja hier ist habe ich gut abbekommen das ist ganz gut und dann schauen wir uns das jetzt hier mal an das sieht sehr geil aus hier mit travolta und hier die juma thurman die da gerade am abdänzen sind hier auf der parkscheibe sagen wir jetzt mal so das ist so eine parkscheibe und ja hinten ach dieser dieser höllisch gute milchshake der so lecker schmeckt und die red apple sie gerätten dürfen hier auch nicht fehlen und dieser blutige bürger hier das ganze kommt hier von miromax und hier haben wir denn natürlich gleich wenn wir hier aufmachen eine kleine enttäuschung da das ganze jahr von von der paramount kommt sind die disks nicht bedruckt finde ich scheiße also das ist echt nicht gut da hätte man sich irgendwie noch mal eine andere lösung aus dem hintern ziehen können ja und ja hier ist die uhd genau und hier haben wir die blu-ray disk das heißt wenn die denn rausgeht richtig schön kann man mal wieder schön durchgucken hier und das sieht auch richtig geil aus und über pipe fiction brauche ich euch glaube ich gar nicht mehr so viel zu erzählen ja die story ist eigentlich ziemlich simpel auch der cast ist hier richtig gut man hat hier john travolta samuel l jackson yuma thurman harvey keitel tim ross amanda blum haben wir hier maria und vincent ramis haben wir eric stolz haben wir auch noch dabei in einer kurzen rolle christopher walken und bruce willis willis also ich bin hier echt echt gespannt über diese blu-ray nachher ja und das war's eigentlich mit dem kleinen unpack